Ja, ich bin hier weiterhin auf der Zukunft Personal bei Daniel Mühlbauer am Function HR Stand. Daniel, wie siehst du denn die Zukunft des Personalmanagements? Ja, wir stehen hier im Startup Valley. Das heißt, ich sehe die Zukunft des Personalmanagements vollgepackt mit Innovationen, vollgepackt auch mit technischen Innovationen und Neuerungen. Innovationen, die vor allem auch den Personalprozess aus seiner Fragmentiertheit rausholen geradezu und dadurch dann auch wirklich fundamental revolutionieren. Um diesen etwas größeren Satz ein bisschen genauer zu definieren, würde ich sagen, die Zukunft von HR, vom Personalmanagement, ist auf jeden Fall eine Schnittstelle von Mensch und Maschine. Wir werden Tools, die hier im Hintergrund und wie auch unsere Tools sehen, die Personal bereichern in ihrer Möglichkeit Entscheidungen zu treffen jeden Tag. Und wir werden als HR, das ist die Kehrseite der Medaille, auch lernen müssen, was können diese Tools. Wir müssen AI, künstliche Intelligenz und auch Augmented Intelligence, also die Erweiterung der menschlichen Intelligenz durch Technik, viel besser verstehen, um diese Tools sinnvoll einzusetzen. Dann hat HR nicht diese dunkle Zukunft, dass wir von Robotern ersetzt werden, sondern dass wir Roboter verstehen und wissen, wo wir sie als Werkzeuge einsetzen können. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Dafür braucht es Upskilling, dafür braucht es den Einsatz von Technologie. Prima, danke. Gerne. 201 Tide 2 2 3 5 6 5 Bis zum nächsten Mal.